So, guten Morgen. Weniger Wasser als letztes Mal. Das ist am meisten. Das ist am meisten. Untertitelung des ZDF, 2020 So, auf diesem Parkplatz sind total viele von diesen Säulen und es sind Schnellladesäulen. So, starten, berühren, Ladekarte, Ladesäule mit dem Fahrzeug verbinden. Jetzt ist mir untergeflogen. So, starten, berühren, Ladesäule mit dem Fahrzeug verbinden. So, starten. Bis zum nächsten Mal. So, das hier wären unsere Frachtfolge. Das ging jetzt aber schnell. Oha. Ich war nur einkaufen und auf Toilette. Das war's. Und schon war er voll. So, ich hab mir einen Eimer gekauft und Waschmittel. Ich hab eine Flasche voller Wasser gemacht. Ich möchte nämlich, wenn ich in der Schweiz bin, ein bisschen Handwäsche machen. Das kommt insgesamt günstiger, als ständig das Zeug zur Reinigung zu bringen oder 100 Kilometer zu irgendeinem geöffneten Campingplatz zu fahren. Dann hab ich mir noch Äpfel gekauft. Und Bio-Eier. Mülltüten. Also, ich nehm die Gefrierbeutel als Mülltüten, weil, ähm, dann kann sich keiner beschweren und, äh, man kann auch so den Müllein mal bei einer Parkbank benutzen. So, hat nicht gefilmt. Aus ist es. Aus ist es. Aus ist es. So, ich bin satt. Ich hab gekocht. Das war French Toast mit Lachs und Sahne-Meer-Rittich. Sehr gut. Und ich war heute in einem anderen Ort, äh, spazieren. Ähm, da gab's eine Kirche und da ging's sehr steil bergab und später natürlich steil bergauf. Aber das hatte ich vorgestern auch in der Stadt, wo ich da war. Dass die Altstadt so weit oben ist. Das gibt's in manchen Städten. Gestern Abend hab ich mir noch ein paar Parkplätze rausgesucht, wo ich in den nächsten Tagen vielleicht übernachten könnte. Und, ja, ich werd jetzt, ähm, SwiftUI und Goethe lernen und dann Videos editieren. Ja. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.